Und Hallo und Herzlich Willkommen bei Let's Play Pokémon Style Geschenk von Kindmeer, Glute und sonst... Ach ne, Dragonee ist gar nicht, glaube ich sind witzig. Man kann's campen. Wir werden uns jetzt erstmals zwei Arenenheiten in einem Part stellen. Mwahaha! Meine Pokémon Arena auf der Zinobel-Insel ist abgerannt. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen dessen Vulkaners brüchend Obdach aus Mwahaha! Aber ich führe meine Tätigkeiten als Arena-Leiter in dieser Hügel weiterhin aus. Wenn du mich besiegst bekommst du einen Horn. Es wäre besser du hast Feuerheiler als ob. Du hast kein Ehrlicht, also keine hundertprozentige Verbrennchance. Pyro setzt Markago ein. Ich bin Markago. Nein! Warum nicht Kaskade? Kaskade ist fieber relativ tief. Ja, nur weil ich dich parallelisieren will, habe ich Feuerohle mal eingesetzt. Kaskade... Greifen wir doch lieber zu den sehr effektiven Antappen. Scheiße auf Step und Level Up. Jetzt kann ich dich sogar wechseln. Bäh! Das will ich nicht. Pfui! Bodyguard! Bäh! Ekelhaft! Oh, da kommt der Deck mit Magma an! Da will er direkt die harte Tour! Magma! Ja, dann versuch mal gegen einen Wasserpuppen zu kämpfen! Wird deine Flammen gleich erlöschen! Surfer! Surfer! Zum Guten! Bring das Pulsive Magma mal zum Schweigen! Magma ist besiegt! Und als nächstes kommt! Galoppa! Wollen wir keinen Arcanherz? Frage für mich! Komisch! Oder? Los! No! Oh mein Gott! Ich bin unterleveled! Aber scheiß drauf! Der nächste Arena wird lustiger! Ja komm! Komm schon! Wird's mal langsam! Surfer! So viel! Letzter Fall! Das ist eine Spanische Patientin! Und besiegt! Und Leiter Pyro! Oder bist du? Gut gemacht! Ich bin ausgewandt! Hier neben dem Vulkanon! Nein, weil du bist noch keine Tierärm! Mit Vulkanon oder? Oh mein Gott! Das ist nicht! Diesmal habe ich verloren, aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen! Ich werde meine Pokémon Arena auf der 10 Oberinsel wieder aufbauen! Und dann wirst du über Norddeen mich antreten! Ja wohl! Huh! Es ist schon rüber! Sorry Kumpel! Die Pokémon Arena auf der 10 Oberinsel existiert nicht mehr! Und ich wusste nicht wo du steckst! Aber egal! Du bist auch ohne meine Radstab zurecht gekommen! Ich wusste, dass du wirst gewinnen! Nein! Pokémon! Hab sie! Frieden! Ja! Wie sieht's jetzt beuteltechnisch aus? Der nächste Arenaleiter habe ich jetzt schon keinen Bock drauf! Aber... Sarah! Tut mir leid! Musst du wohl alles machen! Wie sieht's denn jetzt beuteltechnisch aus? Das sind... Zu wenig! Zu wenig! Heimlich! Das war etwas zu schnell! War noch... Ah ne! Auf zu... Gucken! ... ... ... ... ... ... Ich kann ja nichts vernünftiges kaufen! Ich kann ja nichts vernünftiges kaufen! Bring mich dorthin! Schutz wirkt nicht mehr! Ist mir egal! ... 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 ach ich hab zu wenig Geld ähm dann 38 bitte und ein Beleber ich muss auf meine Figur achten Beleber hatte ich ja noch genug wie sieht es weiter technisch aus? besser beim nächsten Trainer werden wir jetzt einige wieder verlieren komm select du 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 hast du alles endlich hierher geschafft auf der Zinnöberinsel war mir nicht danach aber jetzt können wir kämpfen willst du etwa behaupten du hättest alle Arenate in Joto besiegt? hä? dann müsstest du die Arenate in Joto ziemlich hier jammerlappens sein aber nur keine Bange ich werde dir das fort sagen ob du ein guter Kämpfer bist fertig Joto champ ja ich werde auch noch Kanto champ Leiterblau setzt Torbos in den Kampf ja man sieht schon einen ganz kleinen Levelunterschied Sarah nein oh mein Gott das macht so viel Damage Donnerblitz mach es fertig das Genus nein komm du heilst doch komm ah Du hast nicht die Prioritätsantage eingesetzt ist langsamer mal in donnern wird selbst gibt es auch was möchte ich mit sara noch nicht kämpfen sara ist hier eine sehr wichtige person wie in fast allen kämpfen mit den vier verschiedenen los dennis kümmere du dich darum wurden gestoßen bin ich schneller das ist nicht gerade der schnellste aber es ist immer nur langsam so auf das weg sei tot das ist daraus hast du gut gemacht darfst du mir auch fast ein level abschneiden gegen kukowal möchte ich doch dann wieder zu sagen wechseln ja gut ich könnte auch auf mirko setzen aber mit psychokinesen könnte mir etwas mehr zu schaffen machen hat sara feuerschlag in je bauch da kommt er einfach nicht so hartstrahl an nochmal feuerschlag sara ich kann das nicht tolerieren dass du das nicht dauernd bekommst was wirklich drei angriffe dafür nein sara nicht stopp das mag ich jetzt aber auch nicht siana nein und dann hatte doch noch eine top genessung fuhu der kampf wird schon etwas härter bis als der andere ok da ist sowieso nicht mit nein ich will nicht tauschen ich brauch sara noch komm halt naja wird nochmal mit so darstrahl kommen ok habe ich noch schlechte tränke top trank die alten trank da wollte ich den top tragen aber komm beleben beleben reicht bis ach schluss kriegst du noch die zubeerstattel sorry uff das ist eine verfickte spezialverteidigung ich weiß wie es jetzt oh der ist jetzt nochmal top genießen ein bis nein ich verwende erstmal top trank doch lieber top trank nein oh das hasse ich bei den alten spiel ah der setzt erst so darstrahl ein stimmt ja der ist super ich bin ich war langsamer auch mit dir ich hätte das nicht auslöschen können bis es sowieso zum solarstrahl greift es ist jetzt trotzdem die sie ich hätte auch mit vollem papier bis sie nicht können ja schwamm drüber das nächste das nächste sims oder bleiben wir erstmal bei dir drinnen teilen ich mach mal hoch das nächste ist ich jetzt ich ich jetzt ich ich kann dir immer noch schmerzen zufügen die weiß es weg das zieht eindeutig ein bisschen mehr weil sputball obwohl sputball hat die auch den scheiß reflektor vorher noch als opfer anmuss bis du wirst jetzt bei der genau nächsten feststecken, leider und irgendwann hab ich dich besiegt bis ah, komm oh ah ja, es ist doch schon etwas nervig geworden oh, ist doch ein Schnäppchen lieber nur zurück GARADOS ZAARAR DANABLIX brat das GARADOS und GARADOS ist schön knaspig durchgebraten oh Level 48 Akani Lassen wir Veronika das machen ich lerne Akani Nein KASKAR KASKAR Turbotempo hat irgendwie eine Ähnlichkeit wirkt zu KIP und Schlitzer ich hätte ehrlich etwas mehr erwartet dafür, dass es ich paralysiere dich jetzt einfach kalt hast du kalt hast du voll wenig damage kassiert ja, paralysiert oh man vielleicht sieht Slamp etwas mehr ab nö ok tschüss Veronika wer darf denn die Ära haben Akani platz zu machen und Dennis auch nur weil er was effektives hat und einen rechten verteidigen oh, da geht er er hat kein TOROTEMPO an das jetzt oh und tschüss und Dennis erreicht natürlich glaube ich 47 juhu ja ja auf level 47 brauche ich unbedingt bei der Schrei denn ich weiß es nicht er schreist awesome wurde bis die was wie zum teufel konnte ich gegen dich verlieren also gut hier nimmt das ist der Erdron du Erd erd oh yeah in Ordnung ich hätte Unrecht du bist nicht aus Wachs sondern ein guter Trainer aber eines Tages werde ich dich besiegen ich vergesse dich nicht ok tschau wir gehen jetzt von hier aus zur Zinnova Insel dort gehen wir erstmal rein ich würde sagen das war es dann auch wieder vom Pokémon Kristall Geschenke waren wir sehen uns im nächsten Part bis dahin tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020